Musik In seinem Zug ist er der erste Mann, Oberlodnantholz, ein Soldat in Grenzeruniform. Er trägt die volle Verantwortung für einen Abschnitt an unserer 1400 Kilometer langen Staatsgrenze zur imperialistischen BRD. Das ist keine Vorkommnisse, Posten für euer Freitagaster. Danke. Knosse, Sie sind sperrpunktmäßig eingesetzt. Grenzknick, vierten Kuschel. 24, 20, kommen. Bei der Erfüllung des militärischen Auftrages erfordert die Führung des Kampfkollektivs in jeder Situation höchste Zuverlässigkeit. Zum Tag, Miller, ruhig, Parkman. Bei der Erskaladierwand kommt es auf folgende Probleme an. Einen festen Griff und das feste Randrücken das rechte Bein an die Erskaladierwand. Ich demonstriere. Als Grenzoffizier einer Einheit sichert Oberlodnantholz politisch verantwortungsbewusst und durch taktisch kluge Truppenführung, dass die Unantastbarkeit unserer Staatsgrenze jederzeit gewahrt ist. Der Grenzoffizier ist ein militärischer Hochschulberuf. Wie du Offizier der Grenztruppen werden kannst, erfährst du in deiner Schule oder beim zuständigen Werkreiskommando. 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 Werkreiskommando.